Punkt 4. Weitere mögliche Stichpunkte für eine eventuelle Fortsetzung der thematischen Bearbeitung. Die Bearbeitung dieses Themas ist im Grunde unerschöpflich. Jeder beschäftigt sich irgendwann mal damit. Quellen stehen zahlreich zur Auswahl. Und um eine neue Erfindung handelt es sich hierbei ganz sicher nicht. Daher ließe sich diese Arbeit endlos fortsetzen. Unter Themen, die dabei neu aufgegriffen werden könnten, sind die Rolle der Prost in der Gesellschaft oder im Staats- und Bildungswesen. Die Geschlechterrolle der Prost, der Umgang der Medien mit diesem Thema, die Sicht großer Diktatoren wie Stalin oder Adolf Hitler auf die Prost, die Prost am Arbeitsplatz, die Zwangsprost, die Beziehung zwischen der Prost, beziehungsweise dem Sex und dem Verbrechen des starken und der unerlaubten Nachstellung, weitere Sexualstraftaten, den Einfluss des Sex auf das Lernverhalten, der Sex als Freizeitbeschäftigung zum Vergnügen und zur sportlichen Betätigung, die psychischen Aspekte des Wohlbefindens beim Sex und womöglich der Prost, sowie die Verbindung zwischen dem Rauchen und dem Sex oder der Prost. Als zusätzliches Unterhaltungselement dient an dieser Stelle einer Unterhaltungselementenkette, auf die im Anhang weiterer Unterhaltungselemente verwiesen wird, dessen Hauptpunkt der Punkt 6 Wutrede zum Erotikspecial bildet. Dazu gehören die Unterpunkte 7 Verländerte Wutrede zum Erotikspecial und 8 Instrumentalisierte Verländerte Wutrede zum Erotikspecial. Letzterer unterteilt sich in Punkt 8, Punkt 1, Carsten Todd, Instrumentalisierte Verländerte Wutrede zum Erotikspecial, hier hoch, Kirkhäutmix, Kirkhäut. Punkt 8, Punkt 2, Carsten Todd, Instrumentalisierte Verländerte Wutrede zum Erotikspecial, I have often told you, I went sure und Punkt 8, Punkt 3, Carsten Todd, Instrumentalisierte Verländerte Wutrede zum Erotikspecial, Start to grow, CDK-Mix, CDK. Anhang weiterer Unterhaltungselemente, Punkt 6, Gutrede zum Erotikspecial. Der Mensch denkt an Sex, immer und überall. Das betrifft jeden, absolut jeden. Frauen tun es heimlich, Männer offensiv. Frauen tun es heimlich, Männer sind offensiv. Einige Frauen verkaufen ihren Körper. Männer nehmen dieses Angebot an, zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse. Für einige Frauen stellt sich so doch schon fast eine Win-Win-Situation, beziehungsweise einen doppelten Gewinn dar. Die Partner wechseln, Treue und Ehrgefühl bedeuten nicht mehr sehr viel. Nicht mehr viel. Kaum noch was. Einigen absolut nichts. Aber anderen doch wieder alles. Männer behaupten, ihr Vermögen ginge für Partys, Frauen und schnelle Autos drauf. Den Rest hätten sie verpresst. Frauen sinnen in den Medien, sie wollen nur spielen und jagen selbst jeden Mann bis ans Ende der Welt, sobald ein einziges falsches Wort ertönt. Das sind allerdings die Fälle, die grundsätzliche Freiheit bieten. Es geht deutlich schlimmer. Einige sehen sich permanent Ungerechtigkeit, Zwängen und Gewalt durch andere ausgesetzt. Das betrifft beide Geschlechter. Doch oft ziehen die Frauen den Kürzeren. Frauen landen im Gefängnis, im Knast, im letzten Loch, unschuldig oder aus Gründen, die für uns nur schwer nachvollziehbar sind. Andere werden gezwungen, ihren Körper zu verkaufen. Diese tun das nicht freiwillig. Sie werden gezwungen mit Zwang und Gewalt. Die Befriedigung erfahren dann andere. Und das Geld bekommt ein versiffter, schlagender, dominanter Sekretär. Für Waffen, Drogen, Nutten und Sex, Sex, Sex. Schnellen, widerlichen Sex. Ich raste aus, wenn ich sowas höre. Notfalls überstehe ich alle Repressalien. Ich werde trotzdem weiter kämpfen. Ich werde niemals aufhören, für Recht, Gesetz und den Schutz der Menschen einzutreten. Anhand weiterer Unterhaltungselemente. Punkt 7. Verländerte Gutrede zum Erotik-Special. Der Mensch denkt an Sex. Da hört sich wunderbar an. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Da reift die Freundesliste aus. Da sind wir uns alle einig. Und da war dann erstmal Licht aus. Immer und überall. Alle anderen in Europa gucken in die Röhre. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Alles Unternehmen, von denen wir in letzter Zeit erfahren haben, dass sie ihre Beschäftigten ausspioniert. Oder zumindest deren Daten missbraucht haben. Die Yeti Ein Unternehmen wie Facebook zum Beispiel. The Last Location NSA und Prism Pizza-Paradies Tom-Mam-Apparat Das betrifft jeden. Absolut jeden. Die Yeti Elber, Janka und der Ziegler. Ihr müsstet nicht vergessen Ziegler. Hex Europa Die Post sucht Geschäftspartner, die Daten bei ihr kaufen. Wasser erlauben! Struss! Frauen tun es heimlich. Männer offensiv. Frauen tun es heimlich. Männer sind offensiv. Einig, Mario, eine ist der andere Mehmet! Elber, Janka und der Ziegler. Ihr müsstet nicht vergessen Ziegler. Wasser erlauben! Struss! Er geht die Spieler wie zwei und drei. Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Und das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Sexuelle Orientierung. Und es macht mich stolz und dankbar. Super Job. Ich finde das so geil, ihren süffisanten Blick. Das, finde ich, war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. Einige Frauen verkaufen ihren Körper. Oh, ich will dich so sehr. Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Ich fühle mich sehr geehrt. Männer nehmen dieses Angebot an. So befriedigen sie ihre eigenen Bedürfnisse. Richtet eure Waffen! Lass es einfach zu. Auf das Kapiton! Auf Snow! Stapel! Für einige Frauen stellt sich so doch schon fast eine Win-Win-Situation, beziehungsweise einen doppelten Gewinn dar. Das Risiko... Genau, also dann lass ich mich bitte ausreden. Aber wenn du ihn tötest, Gettnis... Auf das Kapiton! Auf Snow! Also ich empfehle ihnen die Tofu Brokkoli. Die Partner wechseln. Treue und Ehrgefühl bedeuten nicht mehr sehr viel. Nicht mehr viel. Kaum noch was. Einigen absolut nichts. Aber anderen doch wieder alles. Erfahrung im Kopf! Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann. Ich gebe immer die Schulde. Ich wurde nur für eine Sache großgezogen. Ich habe 21 Erfolg! Männer behaupten, ihr Vermögen könne für Partys, Frauen und schnelle Autos drauf. Den Rest hätten sie verpresst. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkopf nicht zu finanzieren. Der Verein ist mehr oder weniger pleite. Die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Einiges Mario, einiges Anderes Mehmet! Elber, Janka und Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen, Ziegler. Was? Erlauben! Strunz! Frauen sind in den Medien, sie wollen nur spielen. Und jagen selbst jeden Mann bis ans Ende der Welt. Sobald ein einziges falsches Wort ertönt. Kann ich den Laden auch zumachen? Das bringt nichts. Kriegen sie gar nicht mit. Mit uns eben nicht. Wir müssen verstehen, warum wir machen wenig. Um Leben und Tod. Das sind allerdings die Fälle, die grundsätzliche Freiheit bieten. Es geht deutlich schlimmer. Elber, Janka und Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen, Ziegler. Was? Erlauben! Strunz! Unser Leben hat niemals uns gehört. Wenn dann genug Freunde angeben, dass man schwul ist, dann kann man rückrechnen, dass man das wahrscheinlich selber auch ist. Wer kann machen, machen? Wer kann nicht machen, sprechen? Wer kann nicht sprechen, schreiben? Einige sehen sich permanent Ungerechtigkeit, Zwängen und Gewalt durch andere ausgesetzt. Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Angstzustände. Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Polizei verhindert Massenschlägerei. Haben keine Mut an Worten! Das betrifft beide Geschlechter. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden, dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen. Direkt ins Gesicht gespuckt. Doch oft ziehen die Frauen den Kürzeren. Frauen landen im Gefängnis, im Knast, im letzten Loch. Unschuldig oder aus Gründen, die für uns nur schwer nachvollziehbar sind. Andere werden gezwungen, ihren Körper zu verkaufen. Diese tun das nicht freiwillig. Sie werden gezwungen mit Zwang und Gewalt. Das ist ein populistische Scheiße. Der berühmte schwarze Mann. Korruptes Arschloch. Schlampe. Ach, die gehen mir auf den Sack. Ja, das... Titten. Was grinst du mich an? Was machst du? Wichser. Die Befriedigung erfahren dann andere. Und das Geld bekommt ein versiffter, schlafender, dominanter Sekretär. Du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch. Du Wichser, du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Hurensohn, Missgeburt, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser. Fettes Arschgesicht, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser. Hurensohn, Missgeburt, Wichser. Für Waffen, Drogen, Nutten und Sex, Sex, Sex. Schnellen, widerlichen Sex. Crime. Destroyed. Eliminated. Wir sind Freunde der USA. Ich raste aus, wenn ich sowas höre. Notfalls überstehe ich alle Repressalien. Ich werde trotzdem weiter kämpfen. Ich werde niemals aufhören, für Recht, Gesetz und den Schutz der Menschen einzutreten. Anhang weiterer Unterhaltungselemente. Punkt 8 Instrumentalisierte veränderte Wutrede zum Erotik-Special Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Außerdem verwendete ich einige Zitate aus meiner Sendung. Hottentott, welche ich aufgrund des Zitatrechts durch zuvor gesendete sogenannte News-Beiträge verwenden darf. Anhang weiterer Unterhaltungselemente. Punkt 8 Punkt 1 Kerstentott Instrumentalisierte veränderte Wutrede zum Erotik-Special Fierow Kirchhoid-Mix Kirchhoid Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Kirchhoid mit dem Titel Chiro-Kirchhoid-Mix 6666 6666 Schneller, wieder löser 6 6666 Ein Gefühl schlimmer als die Pest 6666 Wer hat noch nichts? Wer will noch mal? 6666 Licht aus? Licht aus? Immer und überall Alle anderen in Europa gucken in die Röhre Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Alles Unternehmen, von denen wir in letzter Zeit erfahren haben, dass sie ihre Beschäftigten ausspioniert oder zumindest deren Daten missbraucht haben. E-Eating Ein Unternehmen wie Facebook zum Beispiel The Last Location NSA und Prism Pizza Paradies Komm mal mal parat 6666 Schneller, wieder löser 6 6666 Ein Gefühl schlimmer als die Pest 6666 Wer hat noch nichts? Wer will noch mal? 6666 Wie geht es ihr dabei? Sag doch mal! 6666 Das betrifft jeden Absolut jeden Die E-Eating Elbert, Janka und der Ziegler Ihr müsst nicht vergessen Ziegler Hex Europa Die Post sucht Geschäftspartner, die Daten bei ihr kaufen Wasser erlauben! Struz! Frauen tun es heimlich Männer offensiv Frauen tun es heimlich Männer sind offensiv Einiges Mario, einiges andere mit Elbert, Janka und der Ziegler Ihr müsst nicht vergessen Ziegler Wasser erlauben! Struz! Elgidie spielen wie 2 oder 3 Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer Dann hätte ich die Sicherheit maximal Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer Das ist populistisch Das ist so der Klassiker Sexuelle Orientierung Und es macht mich stolz und dankbar Super Job Ich finde das so geil, ihren süffisanten Blick Das finde ich war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen, hat mir gut gefallen Sex, 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 Sex Schneller, wie doll ist so Sex Sex, 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 Sex Ein Gefühl, schlimmer als die Pässe Sex, 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 Sex Wer hat's noch nicht? Wer will nochmal? Sex, 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 Sex Wie geht es dir dabei? Sag doch mal! Einige Frauen verkaufen ihren Körper Oh, ich will dich so sehr Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung Ich fühle mich sehr geehrt Männer nehmen dieses Angebot an So wird Risikung ihrer eigenen Bedürfnisse Richtbare Waffen! Lass es einfach zu Auf das Kapitän! Auf Snow! Starbett Für einige Frauen stellt sich so doch schon fast eine Win-Win-Situation Beziehungsweise einen Knoppelkünft-Gewinn dar Das Risiko Genau, also dann lassen Sie mich bitte ausreden Aber wenn du ihn tötest, Katniss Auf das Kapitän! Auf Snow! Also ich empfehle Ihnen die Tofu-Brokkoli Sex, 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 Sex Schneller, wieder löscher Sex Sex, 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 Sex Ein Gefühl, schlimmer als die Pest Sex, 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 Sex Wer hat's noch nicht? Wer will nochmal? Sex, 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 Sex Wie geht es dir dabei? Sag doch mal! Die Partner wechseln Greue und Ehrgefühl Bedeuten nichts mehr sehr viel Nicht mehr viel Kaum noch was Eigentlich absolut nichts Aber anderen Doch wieder alles Erfahrung im Kopf Ich habe nichts, wofür ich kämpfen kann Ich gebe immer die Schulde Ich wurde nur für eine Sache großgezogen Ich habe 21. Erfolg Männer behaupten Ihr Vermögen Kelle für Tatis Frauen Und schnelle Autos Den Rest Hätten sie verpasst Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet Und das ist nun mal mit 7 Euro In der Südkommission zu finanzieren Der Verein ist mehr oder weniger pleite Die Leute in den Not Denken wir die Gelder aus der Tasche ziehen Einig, Mario Einig, der andere mit Elber Janka Und dann Ziegler Ihr müsst es nicht vergessen, Ziegler Wasser Erlauben Trud Sex, 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 sex Schneller Wie verrösser Sex Sex, 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 sex Ein Gefühl Schlimmer als die Pest Sex, 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 sex Wer hat noch nichts Wer will noch mal Sex, 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 sex Wie geht es dir dabei? Sag doch mal Frauen sinnen in den Medien Sie wollen nur spielen Und jagen selbst jeden Mann Bis ans Ende der Welt Sobald ein einziges falsches Buch erfüllt Kann ich den Laden auch zumachen Das bringt nichts Kriegen sie gar nicht mit Mit uns eben nicht Müssen verstehen, warum Wir machen Wenig Um Leben und Tod Das sind alle Die Stilfeindler Die im Grund Verzüglichen Freiheit Es geht Deutlich schlimmer Elber Janka Und der Ziegler Ihr müsst nicht vergessen Ziegler Wasser Erlauben Strud Unser Leben hat niemals uns gehört Wenn dann genug Freunde angeben Dass man schwul ist Dann kann man rückrechnen Dass man das wahrscheinlich Selber auch ist Wer kann machen Machen Wer kann nicht machen Sprechen Wer kann nicht sprechen Ich schreibe Na Sex 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 Schneller Wieder Lüster Sex 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 Ein Gefühl Schlimmer als die Pest Sex 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 Wer hat noch nichts Wer will noch mal Sex 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 Wie geht es dir dabei Sag doch mal Einige sehen sich Terminans Ungerechtigkeit Zwingen Und Gewalt Durch andere Ausgesetzt Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag Dann auf den Kehlkopf geschlagen Angstzustände Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen Polizei verhindert Massenschlägerei Aber wenn keine Mut an Worte Das betrifft beide Geschlechter Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen Direkt ins Gesicht gespuckt Sex 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 Schneller Widerlischer Sex 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 Ein Gefühl Schlimmer als die Pest Sex 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 Wer hat noch nichts Wer will noch mal Sex 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 Wie geht es dir dabei, sag doch mal Doch oft ziehen die Frauen den Kürzeren Frauen lassen im Gefängnis, im Knast, im letzten Loch Unschuldig oder aus Gründen, die für uns so schwer nachvollziehbar sind Andere werden gezwungen, die am Kürzer verkaufen, diese tun das nicht freiwillig, die werden gezwungen, mit Schwamm und Gewalt Das ist ein populistischer Scheiße Der berühmte schwarze Mann Korruptes Arschloch Schlampe Das alles was... Sie gehen mir auf den Sack Tippen Was grinst du mich an, ne? Was lachst du? Wichser Sex 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 Ein Gefühl Schlimmer als die Pest Sex 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 Wer hat noch nichts Wer will noch mal Sex 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 Wie geht es dir dabei, sag doch mal Sex 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 Sechs, 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 Sechs. Ein Gefühl schlimmer als die Pest. Sechs, 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 Sechs. Wer hat's noch nicht? Wer will noch mal? Sechs, 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 Sechs. Wie geht es dir dabei? Sag's doch mal. Du Arsch, du Wichser, 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 du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Wichser, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Wichser, du Wichser, du Arsch, du Wichser, 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 du Wichser Sechs, 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 schneller, wie soll es so sechs? Sechs, 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 ein Gefühl, schlimmer als die Tests. Sechs, 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 wer hat noch nichts, wer will noch mal? Sechs, 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 wie geht es dir dabei? Sag doch mal! Du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Hurensohn, Missgeburt. Du Arsch, du Wichser, du Arsch. Fettes Arschgesicht. Du Arsch, du Wichser, du Arsch. Hurensohn, Missgeburt. Wichser. Sex, sechs, sechs, sechs. Schneller, wie Rita das 6. Sex, sechs, sechs, sechs. Sechs, ein Gefühl schlimmer als die Pest. Sechs, 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 sechs. Wer hat's noch nicht? Wer will nochmal? Sechs, 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 sechs. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal. Du Arsch, du Wichser, du arsch, du wichser, du arsch, du wichser, du arsch, du wichser, du wichser, du arsch, du wichser, 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 du wich Sex, 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 Schneller, wieder ist der Sex Sex, 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 Ein Gefühl, schlimmer als die Pest Sex, 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 Wer hat noch nichts, wer will noch mal Sex, 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 Wie geht es dir dabei, sag doch mal Für Waffen, Drogen, Nutzen und Sex, Sex, Sex Schnellen, widerlichen Sex Crime, Destroyed, Eliminated Wir sind Freunde der USA Ich raste aus, wenn ich sowas höre Notfalls überstehe ich alle Repressalien Ich werde trotzdem weiter kämpfen Ich werde niemals aufhören, für Recht, für Sex und den Schutz der Menschen einzutreten Sex, 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 Schneller, widerlicher Sex Sex, 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 Ein Gefühl, schlimmer als die Pest Sex, 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 Wer hat noch nichts, wer will noch mal Sex, 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 Wie geht es dir dabei, sag doch mal Sex, 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 Sex Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser, du Arsch, du Wichser. Hurensohn, Missgeburt, Wichser. Sex, 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 sex. Schneller, widerlösser Sex. Sex, 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 sex. Ein Gefühl, schlimmer als die Pest. Sex, 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 sex. Wer hat's noch nicht? Wer will nochmal? Sex, 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 sex. Wie geht es dir dabei? Sag doch mal.